Was ist die Traurige und schöne Leibigkeiten heute Abend? Nämlich morgen werden wir den Vertrag vom Valkano unterscheiden. Der wurde jetzt nämlich verkauft an 14-jähriges Mädchen. Aber das passt sehr gut mit den beiden. Ich kann auch immer noch besuchen kommen und so Sachen. Und er wird auch erstmal noch beim Stehenbleiben, weil die bei sich noch alles zurecht machen müssen und umbauen, weil die haben jetzt einen Hof gekauft, so einen kleinen wie wir auch. Und ja, da müssen wir halt noch ein bisschen umbauen. Ähm, ja gut, ich habe mir jetzt verkauft, weil nach meinem Sturz habe ich mir gesagt, ich möchte keine Kutsche fahren, weil das mir nicht mehr treibt, ist auch gefährlich. Aber das, ich weiß nicht, das ist noch gefährlicher, finde ich jetzt in meinen Augen. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr Kutsche fahren. Und da ja meine Reifbeteiligung, ähm, ja, ein bisschen doof geworden ist und gesagt hat, sie kommt nicht mehr, habe ich gesagt, gut, ich habe weder einen Ponyreiter noch eine Reifbeteiligung oder eine Pflegebeteiligung von Valkano. Und fahren werde ich ihn auch nicht. Und deswegen werde ich ihn doch verkaufen. Also, es gibt gute Durchkeiten. Wir werden mal einen Eingang mit der Reifbeteiligung vor. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen nachvollziehen. Es war keine Ahnung, es war auch keine Freude dazu. Aber, äh, wir machen auch die Freude. Und, äh, ich weiß nicht, weil ich meine beiden Hunde, ich bleibe meine Mutter. Und daher, ähm, ich muss jetzt diese Hengsteinschläge im Mittimmer, gibt es mal gar nicht. Also haben wir gesagt, gut, kommt dann noch ein Pferd und noch eins, wo ich ein bisschen, ja, an meinen Fähigkeiten arbeiten kann. Und eventuell vielleicht, äh, ein Pferd fürs Pony für die Freiarbeit. Das wäre auch richtig schön. Ja, genau. Den werden wir auf jeden Fall morgen holen gehen. Und ich werde euch da ein bisschen... Ich bin in NRW angekommen. Auf dem Weg zu unserem Neuzugang. Zum Glück haben wir dieses Mal nicht so viel Stau und kommen eigentlich ganz gut durch. Aber es ist sehr neblig hier. Und, äh, unsere Freunde von Naila, Fiona und Felix fahren den Transport. Die sind hinter uns. Ein Auto hinter uns. Und die Seiten von denen verlinke ich euch noch später unten in der Infobox. Und, ja, jetzt nehme ich euch noch ein bisschen auf den Weg mit. Und später auch, wahrscheinlich beim Verladen. Und auch verrückt, natürlich. Und wenn die Pferdes zusammenkommen. Und, ja, jetzt sind wir ohne Stau gefahren. Und jetzt stehen wir. Und ich kriege die Krise. Und hier an dieser Stelle hat es jetzt mal richtig krass nach Gras gerochen. Also dem Gras. Ja, aber ich hoffe, dass wir bald da sind. Wir müssen theoretisch nur noch 42 Kilometer fahren. Na, es sind schon fast eine halbe Stunde im Verzug. So, wir sind jetzt in gleich sieben Minuten da. Aber ich bin so froh. Ich muss aufs Klo. Und ich will mich mal bewegen. Ich auch. Und, ja, bis später. Das Ziel befindet sich links. Das Mädel haben wir gefragt. Das letzte Mal sind wir von da unten hier hochgefahren. Haben gemerkt, dass wir zurück müssen. Das meine ich. Nee, davon haben wir nicht gefahren. Weil wir haben hier irgendwo an irgendeinem Bahn eben noch mal Kinder gefahren. Oh, es wird geschickt. Und an den Bushalt. Da sind die anderen. So, wir haben jetzt eben gerade verladen und sind jetzt losgefahren. Aber wir sind ein bisschen später losgefahren. Also wir fahren nicht hinter dem Hänger rum. Und, ja, noch andere Geschichten, warum wir da nicht fahren. Aber unser Pferdi ist richtig schön eingestiegen. Und das war alles gar kein Problem. Er hat sich halt ein bisschen aufgeregt, weil er dann alleine war. Aber das geht sicher jetzt währenddessen. Weil er die anderen Pferde auch dann noch alle gesehen hat. Und, ja, auf jeden Fall ist er richtig cool. Und da bin ich mal gespannt, wenn er bei uns ankommt, wie das alles abläuft. Und, ja, bis später. Und, ja, bis später. So, bevor es jetzt dunkel wird, wir sind in gut einer halben Stunde zu Hause. Und das Pferd kommt eine halbe Stunde später. Und dann kriegen wir noch ein bisschen Besuch. Danach möchte ich arbeiten gehen. Und, ja, dann werde ich euch noch ein paar Fotos schießen, wie die Pferde zusammentreffen, falls das möglich ist, weil es dunkel wird. Genau. Tschüss. 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 Tschüss.